Gott, warum halten wir denn so viel aus? Stirb jetzt. Okay. Scheint ja ein bisschen zu lichten jetzt. Los, den müssen wir exekutieren. Dann kriegen wir noch ein bisschen ein bisschen Munition. Scheiße, ich bin schon wieder falsch. Okay, ich bin in Deckung. Kurz aushalten. Jetzt holen wir uns ihn. Okay, in Deckung. Langsam scheinen es weniger zu werden. Scheiße. Okay, nächste Waffe. Ich muss weggehen. Das ist eine Granate. Okay. Ich hab den, Hurensohn. Okay, ich geh in die nächste Deckung rein. Nation auffüllen. Stirb halt, genau. Fick dich. Okay, hält ihn ein bisschen auf. Und den exekutieren wir jetzt. Okay. Okay. Zum Deckung gehen. Jetzt schön warten. Zeig dich jetzt, du Arsch. Na los. Trau dich. Okay. Ist erledigt. weiter geht's. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Okay, lad nach. Scheiße. Wo kommt der denn her? Da ist noch einer. Muss Waffe wechseln. Weg damit. War das alles? Oder sind noch welche? Ruhe jetzt. Und tschüss. Soll es in der Deckung gehen, du Arsch? Rücken vor. Zwei Uhr. Falt dich das Feuer aus dem Loch da. Hintergock. Überrascht den Feind. Der kann aus der Deck kommen. Er will sich weg. Kann nicht vor. Zu gefährlich. Okay. Seh ich ein. Der ist weg. Hab ihn. Lass nach. Das ist erledigt. Post nachladen. Geht mit der Deckung. Auch erledigt. Das freut mich für dich. Wir müssen die Waffe wechseln. Am besten nachladen. viel Spaß damit. Erledigt. Ich hab den Hurensohn. Ich hab noch einen gehört. Weg damit. Geh in Deckung. Bleib da. Ich kümmere mich um den Scharfschützen da oben. AC erledigt. Sniper down. Okay. Wer schmeißt mit Papier nach mir? Scheiße. Ein schwerer. Das besser, was man machen kann, ist über die Deckung springen. Ich hab doch einen schweren gehört. Jedenfalls haben wir da hinten noch einen rumgammeln. Zack. Der ist erledigt. Dieses Versteck bringt dir nicht wirklich was, Kollege. Na los. Kommt schon. Na los, Addams. Down. Waffe ist leer. Scheiße. Tut mir leid, mein Freund. Aber so ist es besser für uns beide. Scheiße. Hab ich nicht mehr gekriegt. Wie geil der hier liegt, Alter. Guckt euch das mal an. Das sieht voll episch aus, ey. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Ein Skaha. Okay. Sniper. Hab ich auch wieder drei Schuss. Den muss ich gut einsetzen. Los, Addams. Weiter. Lugo wartet auf uns. Und ab. In den Untergrund. Das wird er schon. Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit, damit wir weitermachen können. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße. Er war vorher die ganze Zeit der Typ, der immer gesagt hat, okay, wir machen hier schon das Richtige. Aber jetzt fängt auch er an zu verzweifeln. Er merkt, dass auch mit uns irgendwas nicht stimmt. Fick'n, Alter. Ja, warum kümmerst du dich denn nicht darum, Addams? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Na, immerhin sind wir wenigstens ziemlich früh gestorben. Womit wir also nicht so große Probleme haben. Ergo, wir werden erstmal kurz da hinten bleiben und die Lage so abchecken. Hat keinen anderen Zweck. Bringt nichts anderes. Es ist alles deine Schuld. Okay. Gut, inzwischen ist die ganze bisschen nicht nochmal. Verpiss dich. Okay, er ist kurz da down. Alter, was ballert mich da ab? Alter. Das gibt's nicht, ey. Ich komm nicht rechtzeitig dahin, ja. Das, ey, da hat er uns echt da hinten und das ist das Problem, dass die eigenen dummen Kameraden rausrennen wie die Blöden. Da ist keine Intelligenz bei dieser KI drin. Das ist echt schade. Vor allem, weil du sie in so einem Spiel wie diesen einfach brauchst. Du brauchst wirklich wenigstens intelligente Mitspieler. Also intelligente KIs, die auf deiner Seite sind. Die brauchst du mindestens. Aber die hast du hier wirklich leider nicht gegeben, ey. Das ist echt schade. Aber wir haben hier kaum Versteckmöglichkeiten. Mir egal. Okay, ich geh jetzt erstmal hier in Deckung. Weil du dich da nicht drum kümmerst. Ich stirb jetzt, du Arsch. Okay, Granate. Scheiße. Arschloch. So, hab ihn getroffen. Kein Problem. Weg von der Granate. Unterwegs. Okay, das haben wir jetzt einigermaßen, einigermaßen guten, gut zurecht. Das hat uns noch gefilmt. Kann sein. Los, Eingaben und bereit machen. Vorsicht. Minition auffüllen. Ich halte die Treppe im Auge. Na los, kommt die Treppe hoch. Wehe, die Kanäcke. Da haben wir Munition. Alter. Darf ich jetzt endlich mal Munition aufnehmen? Danke. Okay, ich bin in Deckung. Kein Problem. Erledigt. Ich leide nach. Ich habe Granate hier. Okay, wie lange hält der Stand schon noch an? Ich schnapp sie mir. Die entkomme mir nicht. Und du stirb. Richtig. Fick dich. Lade das nach. Los, lauf zu deinem Kollegen. Was war das denn? Er lebt. Wer kommt her? Was ist los, Lugo? Haut ab. Bleibt mir vom Leib. Zurück. Lugo, wir sind auf dem Weg. Die müssen ihm gefolgt sein. Wir müssen los. Lugo, hörst du mich? Lugo. Wie kommt er denn, Likoni? Hä? Wo ist du? Wo ist du? Wer ist der Helmkorn? Wer ist der Helmkorn? Wir blöden Schweine. Weg. Na, wartet. Was ist das? Bereit machen. Oh, scheiße. Zerschießt es. Alle zurück. Los. Komm, Lugo. Hoch mit dir. Hört ihr? Zurück. Los. Los, zurück, schag ich. Bein und Wocken. Atme, Lugo. Sie wollen nicht hören? Verdammt, atme. Wie geht's ihm? Antwort, Walker. Komm schon, Lugo. Na, warte noch. Zurück. Oder ich eröffne das Feuer. Verdammt. Verdammt, ich bin. Die Scheißwechser hauen nicht ab, Walker. Wir schließen uns ein. Verdammt, Lugo. Lugo. Bete bloß, dass er durchkommt. Lass mich schießen, Walker. Sir, ich hab bitte Feuererlaubnis. Gib mir den Befehl. Seine Scheiße. Walker, gib mir den Scheißbefehl. Sie haben ihn aufm.